Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil, Mediacenter selbst gebaut mit Kodi und Raspberry Pi. Wie ihr seht, ist die Bildqualität viel besser als die im zweiten Teil. Das liegt daran, dass ich hier von einem Android-Gerät aufnehme, also in dem Fall ein Tablet. Man kann Kodi natürlich auch auf andere Systeme aufspielen. Es ist ein freies, öffentliches, zugängliches Entertainment-Center, sowohl für Windows als für Linux, Apple oder auch BOS, habe ich gelesen. Gut, wenn ihr Kodi startet, dann sieht das folgendermaßen aus. Hier auf der rechten Seite, jetzt wo ich hier zu lang gehe mit meinem Punkt, das ist eine frei definierbare Zone, wo ihr eure Add-ons später, die ihr dann installiert habt, sozusagen hier für den ersten Blick definieren könnt und hier hinsetzen könnt. Des Weiteren wird hier noch gefragt, die persönliche Bibliothek ist derzeit leer. Und da kann man sozusagen zu den Dateien hingehen. Es kommt darauf an, ob ihr da eine SD-Karte drin habt, einen USB-Stick oder ein Speichermedium, wie zum Beispiel eine externe Karte, eine externe Festplatte oder ein anderes Speichermedium. Hier zum Beispiel ist hier die SD-Karte von Samsung zu sehen und da kann ich halt eben auf dieses Speichermedium zugreifen. Dazu kommen wir später, wie wir halt eben dieses Ganze noch einstellen. Doch kommen wir nur zum Eigentlichen und zwar geht es um die Add-ons, die wir hier installieren möchten. Wir haben zur Zeit erstmal ein Add-on, ein Video-Add-on, das nennt sich YouTube. Das habe ich mal schon mal voraus installiert. Dann hier die Übersicht der Musik-Add-ons, die habe ich noch nicht, da habe ich noch nichts installiert. Und weitere Add-ons wie Programm-Add-ons, Android-Apps, Bilder-Add-ons und so weiter und so weiter haben wir dann hier in der Übersicht. Nun, wir gehen wieder zurück und wir werden feststellen, dass wir hier oben sozusagen eine Leiste haben. Für Benutzer-Add-ons, verfügbare Aktualisierung, zuletzt aktualisiert und Repository installieren. Das ist zum Beispiel jetzt eine ganz wichtige Geschichte. Wir gehen nämlich hier oben auf diesen Punkt aus Repository installieren. Und hier haben wir schon so einige Repositories drauf. Was ist ein Repository? Wir gehen hier auch mal auf das eingebaute Repository. Das ist das Kodi-Add-on-Repository, was von Haus aus schon mitgeliefert wird in der Kodi-Software. Und zwar aus dieser Repository werden wir jetzt installieren. Wir haben natürlich auch hier sehr viele Unterordner, Untermenüs, die das Repository, das ist ein Paket, mit sehr vielen Add-ons drin, wie für Bilder, für Dienste, Informationen, Liedtexte, Kontextmenüs, alles mögliche. Wir gehen auf das Musik-Add-on und ich möchte ganz gerne einer meiner favorisierten Musik-Add-ons mal installieren. Mein Lieblingsmusik-Add-on ist dieses hier. Na, komm her. Das ist ein bisschen offen. Das ist dieses hier, Radio. So, das ist schon mal ein Musiksender. Nennt sich Radio. Zugriff auf über 7000 Radiosender. Dann gehe ich hier auf Installieren. Und dann sehen wir hier, dass er es runterlädt. So, das Add-on wurde installiert. Dann gucken wir nochmal. Jeder hat natürlich seine Lieblingsradiosender oder vielleicht kennt ihr hier auch aus den Add-ons hier andere Geschichten, wie zum Beispiel Soundcast. Soundcast möchte ich auch ganz gerne installieren. Wieder nochmal auf Installieren gehen. Dann lädt sich das runter. Das dauert ein paar Sekündchen. Und, ja, jetzt kommen natürlich einige Geschichten noch zusätzlich dazu, weil das Kodi erkennt nämlich auch Abhängigkeiten. So, von wegen, das Add-on braucht noch ein Unter-Add-on, um gewisse Dinge auszuführen. Das wird alles automatisch gemacht. Das ist eine super Sache. Da braucht man nicht irgendwie großartig noch irgendwelche anderen Sachen zusätzlich zu installieren, weil diese Bedingungen automatisch gemacht werden. Was gibt es denn noch? Schautcast, da war doch noch was. Und zwar Soundcloud. Richtig, gehen wir auf Soundcloud. Für Musiker auch sehr interessant, weil da können dann halt eben die ganzen Musiker ihre schönen Stücke veröffentlichen. Da habe ich auch noch ein paar Sounds auf Soundcloud drauf. So, Soundcloud wurde auch installiert. Jetzt haben wir erst mal unsere wichtigsten Musik-Add-ons auf den Kodi geholt. Jetzt gehen wir wieder zurück und gucken uns erst mal an. Und zwar auf unserer Standard-Geschichte. Und zwar, wenn wir jetzt sehen, dass zum Beispiel hier diese Add-ons mit dazugekommen sind auf unserem Home-Bildschirm auf der rechten Seite. Hier steht zum Beispiel Radio, Shoutcast 2 und Soundcloud. Weiter, jetzt gehen wir nochmal aus Repository installieren, kommen wir zu den Video-Add-ons. Wir wollen es wieder aus dem mitgebrachten Code, aus dem mitgebrachten Kodi-Repository installieren. Gehen wir hier auf Video-Add-ons. Das ist natürlich das Interessanteste hier. Jetzt gucke ich mal unter Optionen links unten. Kann man hier noch die Reihenfolge einstellen und später auch die Ansichten. Also das ist hier eine Listenansicht. Was nehmen wir denn da mal? Wir nehmen, wir nehmen, wir nehmen, was nehmen wir denn mal? Irgendwas hier, zum Beispiel ARD-Mediathek. Die installieren wir auch. So, schluppdi-duppdi-wuppdi-wupp. Wurde installiert. Was können wir denn noch installieren? Also ich werde nicht hier jede Menge Sachen installieren. Die Bayern-Mediathek, gut, okay. Vielleicht noch ein Special Interest. Und zwar Special Interest. Ich gehe jetzt mal als halber Holländer, gehe ich jetzt mal hier mal weiter runter. Und zwar suche ich den NOS-Sender, beziehungsweise NOS für die Nachrichten in Holland. Also Gronkh. Sonst versuche ich mal hier rechts weiter runter zu nehmen. Nee, das geht so nicht. NOS, NOS, NOS. Was ist der NOS? NOS 24. Da kriegt man natürlich alle möglichen Sender. So. Na, was ist der NOS? Hier ist, na jetzt muss ich hier. Patsch, ein bisschen kompliziert. So, NOS installiere ich auch, NOS Addon wurde installiert, ja, da hier in der Grundversion von Kodi schon so viele Video Addons drin sind, heißt es nicht unbedingt, dass jedes Video Addon hier funktioniert, sondern ist auch abhängig von, ob man da jetzt Mitglied ist, sich hat registrieren lassen, wie schon gesagt, nicht jedes Addon muss funktionieren, das kann abhängig sein durch kontenbedingte, also Inhalte, vieles ist davon kostenlos, bei anderen müsste man noch dazu bezahlen, sich registrieren und natürlich auch sagen, so von wegen, Hallo lieber Anbieter, ich greife mit Kodi auf deinen Service zu, jetzt gehen wir wieder zurück und gucken mal, ob wir neue Video Addons haben, so, ich klicke immer links oben, dann weiß ich ganz genau, ich komme immer einen Schritt zurück, ja, so, dann gucken wir mal, ach ja, jetzt sieht natürlich dieser Standardbildschirm auf der rechten Seite anders aus, Wir haben YouTube, wir haben ARD, wir haben NOS, probieren wir nun mal eines unserer Addons aus, gucken wir mal die ARD Mediathek an, was haben wir denn hier, neu, gehen wir mal auf neu, die Story, verführte Loverboys, Block & Play, so, jetzt gucken wir mal, ob wir die Ansicht genau richtig, die Ansicht können wir nämlich auch ändern, Hier steht zum Beispiel Whitelist, dann haben wir hier eine Wall und dann haben wir hier, haben wir noch eine Funktion, nee, Wall, Ansicht, Wall, das war's. Das kommt natürlich auf das Addon an, wie, welche Ansichtsoptionen verfügbar sind. Ja, Film Mittwoch im ersten Aufbruch ins irgendwas, klicke ich mal da drauf und dann schauen wir mal, ob es läuft. Es braucht natürlich ein bisschen, aber es geht eigentlich ganz fix. Es kommt natürlich auch auf das Endgerät an, hat es hohe CPU und gute Ressourcen. So, da geht's doch schon los. So, dann mache ich mal ein bisschen lauter. So, ich glaube, man hört es. Für ein faires und gerechtes Deutschland wurden die letzten Redakteure der volksfeindlichen Zeitung Süddeutschland... So, und dann funktioniert das auch schon mal, dann kann ich jetzt mal auf Stopp gehen. Ja, das mit der ARD-Mediathek hat ja wunderbar geklappt, jetzt gucken wir mal auf den niederländischen Nachrichtensender. Schauen wir mal, was wir diesmal an Nachrichten haben. So, NOS Journal, das ist zum Beispiel sozusagen die Heute-Nachrichten. Und dann gibt es auch noch andere Nachrichten. Ja, schauen wir mal, lässt sich das hier auch als Thumbnail-Ansicht zeigen? Richtig, aber da sind keine Bilder drin. Lassen wir es auf Liste. Gut, okay, dann, oh, jetzt habe ich schon auf etwas getippt. Ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, wie schon gesagt, ich mache das hier per Touchscreen und nicht per Maus. Und bitte zu verzeihen, wenn ich da mal irgendwie auf eine falsche Geschichte komme. Ja, da läuft er schon. Also, funktioniert auch wunderbar. Das ist schön, jetzt werden wir auch hier stoppen. Dann gucken wir mal, ob unser Radio funktioniert. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Sender in ihrer Nähe, Tipps der Redaktion, Top 100 Sender, Stadt, Thema, Musikrichtung, Land. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal nach Thema. Und dann sehen wir natürlich sehr viele Geschichten. Was nehmen wir denn mal? Ah, irgendwas mit lustigen Old-Time-Radio zum Beispiel. Gehen wir auf Old-Time-Radio und hören uns mal an. Ah, jetzt kommen die ganzen themenbezogenen Sender. Radio Mosel, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Radio Mosel. Läuft was? After Hours. Gut, okay, läuft nicht. Ich dürfte auch eigentlich gar kein Radio hier übertragen oder senden. Wegen irgendwelcher Urheberrechtsverletzungen auf YouTube. Ist mir gerade so nebenbei aufgefallen. Aber, wie schon gesagt, im Ansatz her, habt ihr es ja gesehen, läuft es. Dann gehen wir mal wieder auf den Uhrzustand. Es läuft. Ach, es läuft noch was. Okay. Dann machen wir es aus, damit es nicht mehr läuft. Gut, soweit zum dritten Teil. Von Kodi für Video- und Musik-Add-ons. Man kann natürlich auf diese Art und Weise, wie ich es eben gezeigt habe, noch andere Add-ons aus verschiedenen Repositories installieren. Da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Man kann Spiele installieren. Ihr müsst einfach mal durchstöbern. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg beim Installieren. Ich verabschiede mich und bedanke mich. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, Mediencenter selbst gebaut mit dem Kodi Entertainment Center.